Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde TTT. Heute mit am Start sind Bleddick, Kuckuck, Irixx, Alles klar, Erzi, Hi, Chris Gold, Moin, Katsumila, Hallo, Fizzy, Hi, Flaik, Hallöchen, Atabum, Ich tette Flaik, Hanogi Senpai, Hallo, und ich bin der Lost Devil und damit nehmen wir die Runde frei auf der Map, Atta, hilf mir nochmal schnell, alles klar, gut, so wie gesagt, Runde frei, ne, okay, ich kenne Flaik, alles klar, ich belebe ihn wieder, es war aber Belästigung des Detes, ich muss einfach davon ausgehen, dass er, Atta, ich vertraue dir nicht, gleich vom Flake an den den Runde zurückkommt, da ist noch einer, also Chris, ist hier drin, aber ist irgendwo safe, ne, also, ich glaub, erzi, ich glaub, ist Atta, und der tötet wieder den Deta, ich glaub, ich muss noch mal die Todesstrafe haben, ich glaube, dass hier Blut bei dir, äh, ich glaube, das war Atta, die IS an Fallschaden gilt, okay, Atta, wie 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 IS an Fallschaden gilt, okay, okay, Ja, ja, danke. Alter, wo ist denn hier? Ja, ja, genau. Übertreib halt. Oh, Shotgun. Hä? Wow. Ich hab nur ne Jutsch, muss hier weg. Ach, da ist immer noch ausgerufen, ne? Nein, Flatter. Klatter ist gar nicht drauf, ja. Klar. Ich hab jetzt extra nochmal nachgeguckt. Das ist Aurex. Das ist Atta. Alles klar. Ich hab ihn. Ja, ich hab sie gesehen. Sehr schön. Shit. Oh, ich kann nicht so scheiße schießen. Oh. Alles klar. War auch, ja? Ja, tut gut. Jemand isst hier. Ja, ich esse gerade. Ich esse gerade keine Ruhe. Allerwärts, alles klar. Wie ist es so, so? Warum stirbst du einfach, Fly? Ja, weil der Tod ist mutig gegen drei Leute ankämpfen. Ja. Ja, ich hab mir die Sekunde zu spät geklechtet. Ja. Ohne Witz. Erste Runde. Atta und Fly, ein Team. Das, das geht nicht klar. Das ist nicht mehr. Aber der Töte von deinem komischen Bilde. Ich hab's nicht alles schon immer da mit der Jutsch verlassen, oder? Ach, jetzt geht doch mal weg, Aurex. Du blockierst mich. Ja, schön. Das ist ja nicht mein Problem, ne? Alter. Ja, doch, schon, gleich schon. Kinders Haus. Nee, ich glaube nicht. Geh weg! Ach, das war meine. Das ist meine Shotgun. Nein, verzieh dich. Nein, das ist meine. Hä, wo gibt's die Shotgun? Ich fass mich auf, hat er immer noch nicht. Oh, wer hat denn jetzt die Tübe aufgemacht? Aurex! Ja, lass mich doch mal die... Alter. Aurex! 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 Du machst die Schreie kaputt. Geh mal weg. Da noch! Die, geil! Oh, Himmel auf Erden. Oh, was ist die denn? Alter! Was wurde da denn geworfen? Die, die brauchen eine Waffe? Geh weg, Chris. Ach, oh, 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 oh. Auf dich! Ah, na, 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 na. Ja, ja, ich hab's gesehen von der Seite, aber ich weiß nicht von, ähm, wo. Von dir wahrscheinlich auch noch. Nein, von der Seite. Ich glaub, es war Chris, aber ich hab meine noch. Chris Gold. Chris Gold ist es. Chris Gold ist es. Oder? Chris? Nee, er hat nicht auf der Schrauben. Ich habe nicht auf die Schrauben geschossen. War das hier jetzt ausgerufen worden? Okay. Für sie? Ist er nicht. Ist nicht ausgenupen. Einer hat gestorben. Ich hab hier noch meine Granate hier. Reiten hier alle? Ich geh mal in einen anderen Raum, ich trau euch nicht. Bess, geh weg. Ich hab Angst vor Danuki. Und jetzt auch noch vor. Danuki. Fuck. Lass mich doch mal alle. Noll. Chris, alter. Chris, was machst denn du hier mit der Tür? Er hat mich fast... Chance gegeben. Er drückt, meine ich. Ach so, ach so. Ich brauch vielleicht ein bisschen Hilfe vom Detective, wenn er noch lebt. Ich weiß nicht, Detective? Detective! Oh, ich glaub, der liegt da hinten. Ich weiß auch nicht, wer den umgebracht haben könnte. Was ist das hier? Was denn? Oh, nicht näher kommen. Ja! Jetzt muss ich dich leider töten. Ja. Guck mal, der ist. Oh je. Das wird nicht gut ausgehen. Wir werden. Hängt die überall fest hier. Oh. Ja, ja, ja. Okay, er ist, hier ist es. Man, ja. Ja, ja. Könntest du ja mal dein Köppchen um die Ecke strecken. Oha! Oh mein Gott! Oha! 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 Sehr schön! Oha! 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 Tiere- Oha! 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 ja jetzt könnt ihr mich mal das war eine Gelegenheit auf jeden Fall könnt mich nämlich allemal und gesmoked nur noch 62 Leben Heel Station steht oben ja toll da stehen auch noch zwei Traitor was machst du da? ja ich weiß nicht wen Rachtturm ich mach' noch ich bleibe deine du bleibst du so mit mir in Ruhe und dann stehen ja weil ich guck was du da machst lol wir haben hier eine Prakanatur für den Dienstag gib's auch zu dass du dir gekauft hast du hast grad was gekauft du hast grad was gekauft das ist dann immer noch aufgrund der Städte ja hab dich im Auge oh keine Sorge wär ich tollter gewesen wär 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 schon weg gewesen los ich hab nicht mal ne Waffe also diese Runde bin ich doch irgendwie knabig ich hab irgendwie das Gefühl ja genau weil ich schon ja und hier ist ne Brandgranate oder? bin ich's heidi nein scheiße ey komm musste das sein du hast ja auch immer jemand gesagt gestärzt was? ja der Dete wurde ungenietet scheinbar nicht ans Feuerwerk äh an die Heel Station ach man wir hatten da Teuer schon wieder geschossen danke für den Ausgang lost ja was? äh hier liegt ein äh wie heißt das Ding? ja eine Melle Launcher doch man! oh schön ein Caso liegt hier ja hm was ich vertraue dir irgendwie nicht wirklich oh ne scheiße ich vertraue dir nicht obwohl du hast so ein komisches du hast die die Hut damit kannst du ruhig auf mich schießen ja passiert mir nicht viel scheiße sind wir schon wieder alleine? nee ich dachte wo? ja komm so sagt ihr denn alle so ne langweilige Runde wenn ich jemanden von euch sehe jaja bin unterwegs bin unterwegs scheiße könnt ihr die scheiße endlich mal lassen die mit dem Randon-Carnat hä warum mach ich denn so viel Karma machen und warum das war ich nein unten unten lagen auch schon welche ja schlusslich hätte ich ihnen vertrauen sollen ne du warst nicht nur wieder da Trellter gemacht einen hab ich geworfen einen hab ich auch also ich hab zwei geworfen ja im Treppenhaus ja aber unten waren welche ja ich hab einen runter geworfen den anderen hab ich oben reingeworfen halt nein verdammt da ist alle Traitor haben die Granatierung du hast doch ja ja dazu muss ich nur noch wissen warum ich so wenig Karma habe aber Alter Dembel das läuft bei dir aber ja keine Ahnung wenn ihr jetzt mal aufhören mich zu schlagen was soll die Scheiße ich weiß nicht oder und übrigens Blattig du hast recht vielleicht bin ich dann das zweite Mal mit dem Traitor ja klar das geht gar nicht klar geh mal weg nein hier liegt keine Waffe mehr du hast den Traitor-Chat gar nicht gelesen gehabt was ich geschrieben hatte ja ne wolltest du die etwa für deinen Traitor-Kollegen aufnehmen ne ja die geile M16 ne genau ja 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 Vorsicht hinter mir brennt's oh ich sag's dir noch ich sag's dir noch ich hab mir dann auch sofort abgebrennt wir drüber wir drüber Sanoki stehst du da so hinter der Tür waaah Geh weg ich würd sagen wir verbarrikadieren die Bühne bist du Inno oder bist du Tee? ne ich bin Inno ok ja alles klar ja oh Gott machen's einfach mal dann sind wir sicher hier von den Traitern Lelik 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 ohm Quatsch die schießt auf mich und rufen meinen Namen Lelik hat jemand erschossen oder? irgendwie bin ich so schnell bei mir ne oh Gott da kommt jemand ey sind immer oben könnten sie mal bitte draußen dein Hallo ey ey lass mich mal bitte hier raus ich hab Angst die sind immer die Regale die sind stabiler Moment nö die Regale auf einmal ja ich bin ein der Muskelmann ganz hart pumpen die Woche oder? ja 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 viel schaff ich aber eins nicht oder wie? oh da ist ein Traitor vorm Raum oh oh ey Leute ich schaffe eben vier ich hab schon wieder die vermutung dass es Pleddick ist ja klar immer wenn ich um die Ecke komme als die vermutung Eirex, Atta direkt vor der Tür also im nächsten Raum ist ein Traitor okay Pleddick ist da auch hier sind zwei hier liegt übrigens ein Mellon im Boden oh ne dann werde ich gleich umgenietet ja nur weil ich den aufhebe Eirex, Spike und mir nicht wir sind hier safe ja ja genau wir verbuddeln uns hier verbauen wir nicht lass mal schneller gehen würde in dieser Kiste alles so so alles war sehr gut kaboom da hat er gerade einen Abgang gemacht schön sehr schön ja klar alle rufen uns ja immer meinen Namen Pleddick ist das naja genau bist du nicht immer in meiner Nähe und rufst meinen Namen wer lebt denn jetzt alles noch hallo 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 nö was soll ich schon sagen es war äh weiß nicht entweder nein ohne Witz die Runde startet und ich hab nur noch 80 Leben was soll der Scheiß was du hast es ja auch verdient danke nein hey wer hat mir meine Shotgun abgezogen ich welche Sau ich ich lass mich Trader werden Lass mich Trader werden okay okay nein oh jetzt nimmt er die Shotgun echt aufs gleich würde ich mich mal gleich würde ich schossen ja bleib hier ne 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 das war's schon bald ach da ihr zwei da das ist ja hier im Raum drin der war ja noch nicht drin gar nicht auch flack hat er hier nein das ist der äh der flackere Blumenraum flackere der gute Lost der will ist bei mir hallo hallo weil ihnen noch keine Waffe hat oh da kommt noch der Chris Leute wieso die zum Leiche weil die tot ist na naja vorbei hier Kasu komm mal zurück also sind wir hier schon wieder bei der gleichen Situation wie Kasu komm mal zurück hier komm mit hier ähm mit den Treppen und da jetzt geradeaus dichter Waffe nehm 16 überstehen ja ich weiß jetzt warum ich so wenig Kram Alter du musst nicht flackern ihr beide schießt euch gegenseitig ab Chris Gold ist es Chris Gold ist es oh geht weg Kasu Ata Fizzy alle hier in der Nähe ich bin doch eigentlich bei dir daneben ich bin doch eigentlich bei dir daneben doch ich hab dich doch gesehen du stehst da vor mir ah nein wenn ich schon auf ihn schießen sollen dann ja ich stehe aber hinter dir du vorgell Devil is safe Devil is safe so ich ähm hier liegt eine Bombe oder sowas mit also mein Karma wird runter sein weil ich als Dete ja Dete Dete was Dete hier Dschihad hier 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 achso ich hab mich grad schon gewundert weil sie explodiert schon die ganze Zeit da drauf und ruch du hast die Bombe ob das eine Silencer gibt was alles ok es reicht mir jetzt keiner bekommt die Bombe ach so ich hab falsch rum geworden na toll die Schrank wieder auf geht jetzt nicht dahin und Stühle sind viel zu buggy wer den alle mal her Leteanweisung das brennt da ja ja hab ich jetzt äh ich hab den Namen Leute herhöhen Leteanweisung wer im Moment die G-Hard in seinem Inventar hat sprengt sich jetzt sofort in die Luft so kann man die aufheben klar kann man die aufheben ich hab's nur auf dem Dete vor die Füße geschmissen Atta hat was im Inventar KST Atta Atta ich hab Atta verbraut ich hab ihn verbraut ich werd ihn jetzt umbringen können ne ich bin Dete also eine gegen Atta oder was ja aber ich mach doch gar nicht ich sache ich setz mich für Atta eine ist es nicht ja dann bist du's ne ich war die ganze Zeit mit der Atta ist es Atta ist es Atta ist es wir spüren einfach Atta mit dem Dete an wie ich will überleben ich muss hier weg ich bin da mit Atta Jalalalalalalala die Zeit hat er nicht mehr Atta die Traitor sind ja zwei ja noch glaub ich ja wir haben drei Traitor ja Atta komm komm wir sind alleine ich spiele hier du willst es doch Kasu darf man jetzt nicht mehr raus alles klar ich hab's gesehen von oben ja scheiße jetzt weiß man nicht wer oben ist also ich bin schon mal hier unten ja das heißt alle die unten sind würde ich ja fast sagen fliegen schon mal in die safe Richtung ja und Atta auch Atta ja komm ich geh mal vor lass mich mal vor bring mir mal das Schlampe bei hier hat einer gefuttert lass mich mal durch Klenning bleib da stehen ja ich hänge fest Fizzy 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 ist auch mal hier hä? Atta bring mir mal das Schlampe bei ich will da jetzt mal hochkommen ja mit springen und gleichzeit die Steuerung drücken Kasu ja äh komm mal her ich brauch dich mal STRG ja ich bin schon Vorsicht Erzi kommt rein das funktioniert nicht ach so ich dachte hier hab ich das Essen drin ja weißt du ich will da nicht alleine rein ähm vielleicht hattest du Defi gekauft ne klick ja dann ist Erzi nein ich bin angeschossen ich bin's nicht er hat in der Hand wahrscheinlich ich hab keine Munition mehr ok wir gucken ja das war die Dschihad wahrscheinlich ist Inno aber er war Inno ey warum schießt er hat nicht geschossen er hat die Dschihad in der Hand gehabt und hat mit der Deta-Anweisung gefolgt aber das ist ein anderes Thema so Deta-Anweisung immer noch Dschihad tot und Atta lebt Oha Atta ist es tschüss tja Atta ist es Nein es hat sich gerade in die Luft sprengt hat die Dschihad-Anweisung gefolgt er ist der einzig wahre hier ja hier ich bin's nicht äh äh Devil lebst du noch? vielleicht sollten wir Atta umbringen Atta ist tot er hat sich gerade selbst hochgejagt echt? hier der Devil ist auch tot ja Devil liegt doch hier im Raum ja Katsu ist nur noch hier wieso nur noch? also ich glaube entweder Katsu oder Fisi Katsu ja ich bin mir ja auch nicht ganz sicher bledig ich bin mir nicht mehr runter ich hätte ich hätte Atta vorhin so oft üben können ja wir waren allein in einem Raum glaub ja dass es Katsu ist warum? müssen wir Jagd auf Katsu machen? so der gute Atta weil du weil du schneller in der Nähe warst als Fisi Fisi gerade nicht finde ahhhh ach komm schon jetzt sag mir nicht dass du auf Katsu bist ja Katsu ist so die müssen es beide sein da unten da liegt nur die infizierte Leiche ja und Katsu noch ups und Risiko wow nice weiter erstmal die Lage checken und nicht einfach hinrennen und einfach mal in die Waffe laufen geht schon er hat doch allen mitgenommen ja bin trotzdem ja ne er ist gestorben beim identifizieren nein er hat doch ja vorher hat er ihn gekillt und dann ist er identifizieren gegangen und ist einfach in die Waffe gerannt hm ich hab mich identifiziert ehhh sauber so aus ne äh ich bin aber der du hast doch die Türen nicht eh hey jetzt hört doch mal auf mich zu schlagen japan so so kanns nicht mal das war der vor dir man ja genau dann schlag mich einfach mal vor mir war keiner hä vor mir war aber noch einer meinte ich nein na klar ne geht mal weg nein das ist meine schag an ich habe gesagt zu meinen schag an bei mich nicht steuerung ist die und links die taste oder bist du auch nach vorne dabei alle drei haben wir jetzt eine granate rein so um die kisten zu machen ich habe die nähe geht hat selber schuld ja ich bin zu doof dafür ich bin echt nicht hin irgendwie chris warum bist du so what the fuck war das gerade irgendjemand ist hier gerade verreckt vor meinen augen ich bin hier lieber weg da brennst vorsichtig ja hallo ich bin auch noch da was hast du überlebt mit messen wusste ich dass du es bist keine reaktion wird von mir schreien ausgerufen wird von chris ausgerufen auch noch davor ich habe ja und habe ich gesagt ja aber ich meine dass ich weiß nicht mit dem trovers ohne witz ich laute mir die schatten ich habe dann auch das ist meine schon seit runde 1 war nur letzte runde rex ich vertraue dir nicht im witz in den mann auch nicht aber trotzdem ich finde diese runde muss sein ich kenne es hier auch noch nicht es ist chris ja es ist chris chris gold chris ist es chris gold ich habe ihn geschossen nein ich habe ihn erschossen ich habe auch auf ihn geschossen ja gut okay ich habe jetzt noch den siehst du noch was soll ich dazu sagen du alter traiter boy und hier ist vielleicht erst durch ihn ich traue ich traue wer hat denn chris gold erschossen nicht hier unten in Ruhe hier liegt ein toter Atta nice toll warum schießt du mich an da war eine undingsleiche die erschossen wurde und da dachte ich ach quatsch ich bin tot ja ah warum schießt du Entschuldigung ich habe Schaden bekommen in der Sekunde erziebe bist du tot? ne ich lebe noch nein er ist da ja ich wollte da jetzt nicht reingehen und dann kriege ich auch eine Shotgun ins Gesicht ne ich habe Schaden durch die komische Lampe hier bekommen okay ich habe gerade die Fasen ich habe gar nicht gekriegt darf ich mal dahin danke ich habe nicht mal eine richtige Waffe jetzt hat sie auch noch Munition dafür ja ja puh stell dich vor stell dich vor ich will ja weg gehts hier hoch witzig ne ja 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 kontrol hier ich häng dir mitten in der luft irgendeiner ist gestorben ach da ist eine Kante in der luft Moment ach das geht doch zum Kotzen hier ist keine Leiter oder? ach doch ach doch was vielleicht ach so du bist tot ach doch was okay das Geländer funktioniert nicht ich bin alleine oh hallo wofür hallo ich bin jetzt die so alter da hat jemand geschossen so so Erzzy lebst du noch? Lockerung mhm nein Irex es lebt anscheinend so gut wie gar keiner mehr es muss einer von ihnen tragen sein okay ich sehe nur noch Katsu und Fizzy da noch zwei Traitor sind seit ihr beiden es das ist doch ganz einfach okay ich glaube damit hat sich gerade Katsu erledigt Katsu? anwesend hm okay nach da ruckst du du bist doch doof ey nö bin ich nicht nö 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 ich kann hier ein warum nicht einfach so also ich hab keinen Zeitdruck nicht? nö 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 bin einfach mal sterben oder so nein du stirbst zuerst gut so helle ist er alter ich hänge heute echt überall fest ach das ist unsere munition für die waffe sie mal einer an das ist nicht jetzt komm raus ich krieg die waffe nicht ich glaube es nicht ja da gibt es so eine schöne rifle weißt du fick dich jetzt und das war es du hättest einfach nur eh drücken müssen echt mal mann und wieso habe ich die waffe nicht gekriegt die liegen vor meinen füßen und ich kriege die waffe einfach nicht mehr eh drücken das ist eine spezialwaffe ja die wollte bei mir nicht guck mal was ich was dann gab ist eh leer hätte ich nicht gut okay und das war's dann auch wieder mit dieser Runde von TTT ich hoffe euch hat es wieder gefallen schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei links zu denen sind in der Beschreibung und bis dahin Ciao tschüss 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 tschüss